Herzlich Willkommen zu meinem musikalischen Vortrag heute. Es gibt keinen Weg zum Frieden. Frieden ist der Weg. Ich bin Angela Marr, ich bin Journalistin und Filmemacherin und ich arbeite vor allem zum Thema Frieden und interkulturelle Kommunikation. Frieden ist möglich, aber wie? Das ist das Thema heute und es geht um die Ukraine. Mein Ziel ist es, Wege zum Frieden aufzuzeigen. Das heißt dann natürlich auch, dazu zu sagen, wie es nicht funktioniert. Denn das ist wichtig, um die Ursachen zu verstehen. Vollkommen klar ist, ich bin gegen Waffenlieferungen, ich bin für Frieden und heute soll es also um friedliche Lösungsmöglichkeiten gehen. Ich will also zwischen meinen Liedern bestimmte Momente beleuchten, die von besonderer Bedeutung waren, weil sie großen Einfluss aufs weitere Geschehen hatten. Und das, was schon viele wissen, fasse ich kurz zusammen. Das, was noch nicht so bekannt ist, werde ich extra dazu sagen und erklären. Es gibt einen Punkt, auf den möchte ich gerne vorab hinweisen, weil ich denke, dass es in diesem Vortrag eine ganz große Rolle spielt. Und das ist folgende, es gibt im Völkerrecht zwei Prinzipien. Einmal geht es um die Ländergrenzen, das bedeutet die Unverletzlichkeit der territorialen Integrität souveräner Staaten. Das ist der eine Punkt. Und der zweite, das ist das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Beides ist in der UN-Charta verankert. Meine Anregung ist für heute, dass sie das im Hinterkopf behalten und selbst durchdenken und wirken lassen, was das bedeutet, was diese beiden Punkte bedeuten. Mein erstes Lied handelt davon, dass wir alle alles ändern können, wenn wir es zusammen ändern. Es heißt, only our hearts are really wise. Nur unsere Herzen sind wirklich weise. In Europa, America, there's a growing feeling of hysteria. The crazy eyewash on TV is with a shady contact behind the scenes. They say that we have to pay the debt. They're buying weapons and news outlets of our global fantasy and the fee. It's very far beyond reality. It's very far beyond reality. How dare we now, a piously younger, that nature is more than nature is for the street. Producing mountains of our need. Like the cabinets of our industry. Like the cabinets of our industry. We do for African development aid. We send them weapons and interest rates. But working hard, you do not see. You pay the globe and lay a scammer fee. Oh, you pay the globe and lay a scammer fee. There's no historical precedent. How we deal with our land that will mourn ourselves. Reet has created an unworthy war. It's a lie we don't believe anymore. It's a lie we don't believe anymore. We do not fulfill your enormous plans of power games and embarrassing clans. We look straight into your eyes. Know your hearts are really wise. Know your hearts are really wise. The Indians say you cannot eat your bank account while you're in need. So we try to alternative energies and realize the beauty of the trees. And realize the beauty of the trees. Holistic treatment for each disease. We'll make you discover your own lovers' grief. We look straight into your eyes. And we will show you how to improvise. And we will show you how to improvise. And we will show you how to improvise. We will show you how to improvise. This is the FAZ. And it shows the Russian-speaking population in Ukraine. Also sie zeigt an, erstmal fast 30% der Ukrainer gaben 2001 bei einer Volkszählung an, dass Russisch ihre Muttersprache ist und wir sehen jetzt hier eben die dunklen Gebiete, Krim und Donetsch zum Beispiel über 70% gaben Russisch als Muttersprache an und die hellgelben Gebiete im Westen, das sind es dann unter 10%. Also es ist eine Übersichtskarte über die Sprachen Russisch und Ukrainisch. Diese Folie zeigt den Frontverlauf am 28. August diesen Jahres und das ist einfach traurig und die Frage für heute ist, wie können wir Frieden da reinbringen. Ist der Ukraine-Krieg ein ethnisierter Konflikt? Ich benutze das Wort ethnisiert in Anlehnung an den Konfliktforscher Konrad Schetter und ich meine damit, dass verschiedene Ethnien und ihr Verhältnis zueinander quasi zur Ursache von Konflikten und Kriegen erklärt werden. Also das bedeutet, die tatsächlichen politischen und wirtschaftlichen Gründe werden dadurch verschleiert. Es geht so weit, dass die Probleme sogar künstlich geschaffen werden. Das sehen wir uns jetzt an. Also seit 2014 hat man ja gehört von den pro-russischen Separatisten, Anführungsstriche, also die Leute im Osten der Ukraine wurden sehr oft negativ und gefährlich geframed. Und tatsächlich war es aber so, dass die ethnischen Russen und Ukrainer keine nennenswerten Probleme miteinander hatten. Es gibt Interviews mit den Leuten, wie sie erzählen, wie das mit den Kindern ist, an Schulen ist, wie man groß wird. Und die zwei Sprachen, das ist einfach ganz normal. Das war überhaupt kein Problem. Bis man eins geschaffen hat. Hier ein Zitat eines Bloggers im Juni 2019 im MDR. Heute aber macht es für mich keinen großen Unterschied, ob ich Russisch oder Ukrainisch spreche, auch wenn ich im Alltag in Kiew eher Russisch spreche, weil in der Hauptstadt einfach noch Russisch überwiegt. 2019 MDR. Was ist passiert? Die erste gesetzgeberische Maßnahme, die die neue Regierung gemacht hat, nach dem Sturz von Janukowitsch, also 2014. Das war die Abschaffung eines Gesetzes von 2012 und dieses hatte Russisch zur Amtssprache gemacht. Also die erste gesetzliche Änderung war Russisch als Amtssprache weg. Das war am 23. Februar 2014. Kulturelle Events sollten künftig auf Ukrainisch ausgetragen werden. Unterricht auf Russisch ist dann ja nur noch, eigentlich nur noch im Kindergarten oder der Grundschule denkbar. Der Schweizer Geheimdienstler und NATO-Kenner Schakbot erklärt dazu, Zitat, Diese Entscheidung löste einen Sturm in der russischsprachigen Bevölkerung aus. Das Ergebnis war eine heftige Repression gegen die russischsprachigen Regionen Odessa, Charko, Luhansk und Donetschk, die ab Februar 2014 durchgeführt wurde und zu einer Militarisierung der Situation und einigen Massakern vor allem in Odessa und Mariupol führte. Im April 2019 ging es weiter. Das Parlament in Kiew erließ ein Gesetz und das hat Ukrainisch als alleinige Sprache in öffentlichen Einrichtungen vorgesehen. Das heißt, Beamte, Lehrer, Ärzte und Anwälte mussten in Zukunft Ukrainisch sprechen. Andernfalls drohten Geldstrafen. Eventuelle Versuche, eine offizielle Mehrsprachlichkeit einzuführen in der Ukraine, wurden als verfassungswidrig eingestuft. Die Regierung in Moskau verurteilte das neue Sprachgesetz 19 als skandalös. Die Außenamtssprecherin Russlands, Maria Saharowa, erklärte damals, Die Entscheidung wird nur die Spaltung der ukrainischen Gesellschaft vertiefen und die Möglichkeit eines Endes der Ukraine-Krise in weitere Ferne rücken. Ab Januar 2022 war die Übergangsfrist dann vorbei und überregionale Zeitungen und Zeitschriften mussten in beiden Sprachen gedruckt werden, ukrainisch und russisch. Jetzt muss man sich vorstellen, die gleiche Auflage nochmal. Dann geht natürlich der Verlag pleite. Das ist einfach nicht machbar. Das heißt, diese russischen Zeitungen sind verschwunden. Oder eben gab es nur noch, gibt es nur noch im Netz. Staatsangestellte, Verkehrspolizisten, Gerichtsdiener und Klinikärzte wurden verpflichtet, die Bürger auf ukrainisch anzusprechen. Außer man hat sie gebeten, es anders zu machen. Das gleiche gilt in Supermärkten, Apotheken und Banken. Verstöße kann man dann beim Sonderbevollmächtigen zum Schutz der Staatssprache melden. Und im Wiederholungsfall gibt es Geldstrafen. Also das war ab Januar 2022 Stand. Jetzt bei Vorträgen, Shows und Konzerten, das gleiche wie bei den Zeitungen. Da muss der Redner, der russischsprachige, übersetzt werden. Das heißt, es würde für heute bedeuten, dass hier jemand, also theoretisch, sitzen würde, der alles in einer anderen Sprache auch nochmal erzählt. Dann dauert es nicht eineinhalb, sondern drei Stunden. Sind Sie da noch da? So. Also das ist nicht umsetzbar. Das ist Wahnsinn. Zitat aus der FAZ. Leidtragende sind russischsprachige ukrainische Schriftsteller und Wissenschaftler, deren Tätigkeitsfeld stark eingeschränkt wird. Aber auch traditionell russischsprachige Städte wie Odessa werden vom Westen des Landes kulturell assimiliert. Es gab insgesamt acht Jahre lang Bürgerkrieg, in dem Zelensky den östlichen Teil der Ukraine bombardieren ließ. Im Februar 2022 hat dann Putin die beiden Republiken Luhansk und Donetsk im Osten der Ukraine als unabhängige Volksrepubliken anerkannt. Wir können heute in der Echtzeit erfahren, was in dieser Welt geschieht. Es gibt Blogger, es gibt mutige Journalisten, es gibt Hilfsaktivisten im Osten der Ukraine. Und mein nächstes Lied möchte ich in Dankbarkeit für all die mutigen Menschen spielen, die dort waren, sind und hingehen und auch von dort berichten. Es heißt so nah. So nah sind wir uns alle noch nie gewesen, so klein war die Erde noch nie zuvor, so schnell haben wir alle noch nie kommuniziert. Was passiert? Was passiert? Was passiert? So nah sind wir uns alle noch nie gewesen, so klein war die Erde noch nie zuvor, so schnell haben wir alle noch nie kommuniziert. Was passiert? Was passiert? Was passiert? Kaum zu glauben, dass man so wenig von meinen Haaren weiß Kaum zu glauben, dass wenig mehr käme, man uns gescheitzt Kaum zu glauben, dass wir hier so miteinander umgehen Es gäbe es unerleben, und zwar für jeden So sehr, wie heute, haben wir noch nie gespürt Dass uns allen die gleiche Erde berührt So gefährlich, wie heute, war es noch nie, wenn man sich besträumt Und den falschen Leuten glaubt Und den falschen Leuten glaubt So sehr, wie heute, haben wir noch nie gespürt Dass uns alle die gleiche Erde berührt So gefährlich, wie heute, war es noch nie, wenn man sich misstraut Und den falschen Leuten glaubt Und den falschen Leuten glaubt Kaum zu glauben, dass man so wenig von meinen Haaren weiß Kaum zu glauben, dass wir nicht wirken, wenn man uns bescheitzt Kaum zu glauben, dass wir hier so miteinander umgehen Es gäbe es unerleben, und zwar für jeden Kaum zu glauben, dass man so wenig von meinen Haaren weiß Kaum zu glauben, dass wir nicht wirken, wenn man uns bescheitzt Kaum zu glauben, dass wir hier so miteinander umgehen So nah sind wir uns alle noch nie gewesen So klein war die Erde noch nie zuvor So schnell haben wir alle noch nie kommuniziert Was passiert, was passiert, was passiert Die Vorgeschichte zum Ukraine-Krieg 1990 Nach der Wiedervereinigung haben Deutschland und die USA Michael Gorbatschow versprochen Dass die NATO sich keinen Zentimeter weiter nach Osten ausdehnen wird Also das ist dieses bekannte Zitat Not an inch Keinen Zentimeter Wir sehen hier, was passiert ist Man muss dazu sagen, die NATO ist kein demokratisches Projekt Sondern die NATO ist angeführt von den USA Und sie dient deren Interessen Im Jahr 99 traten Polen, Tschechien und Ungarn bei 2004 dann Bulgarien, Estland, Lettland Litauen, Rumänien, Slowakei und Slowenien 9 dann Albanien und Kroatien Und zuletzt 23 dann Finnland Und dann kommen noch Schweden Gabriele Krone-Schmalz, die frühere Moskau-Korrespondentin der ARD Die sagte dazu folgendes Wichtig wäre gewesen, Russland nach 1990 in eine neue Wirtschafts- und Sicherheitsarchitektur einzubeziehen Das Stichwort nach vorne zu schauen Auch wenn es sich vordergründig nach Lehrformel anhört Ist Partner auf Augenhöhe Das ist die Basis Das wurde gelinde gesagt Versäumt Vor dem Krieg Russlands in der Ukraine im Februar 22 Hatte Putin von US-Präsident Joe Biden eine schriftliche Garantie eingefordert Die Ukraine nicht in die NATO zu ziehen Das blieb folgend los Der Maidan 2014 Wer weiß Bescheid? Ich fasse es kurz zusammen Im Februar 2014 wurde die damalige ukrainische Regierung von den USA gestürzt Viktoria Nuland war damals eine hochrangige Mitarbeiterin im Außenministerium der USA Und sie telefonierte mit Joffrey Pyatt, dem Botschafter, der saß in Kiew Und sie hat darüber gesprochen, wie man die neue Regierung dort in Kiew dann zusammensetzen will Und sie hat davon gesprochen, dass sie Klitschko da nichts haben will Dieser bekannte Boxer Vitalik Klitschko, der hat ja auf dem Maidan die Proteste angeleitet Der schien ihr nicht geeignet Und sie sagte, jetzt ein Juck ist Der hat die Erfahrung dazu Das ist der Richtige Und aus einer anderen Quelle weiß ich, Klitschko hat sehr viel Geld bekommen So ein Betrag von 100 Millionen viel Dollar Dafür, dass er dann eben nicht Präsident wird, sondern nur Bürgermeister Nuland hat noch gesagt, dass man die UN natürlich einbeziehen muss Und Generalsekretär Ban Ki-moon Um die ganze Sache wassitig zu machen Und für die PR Was sie noch zur EU sagte, habe ich in meinem nächsten Lied vertont Das Lied handelt aber auch noch von anderen Dingen Geht also über unser heutiges Thema hinaus Und dieses Lied heißt Alles VT Es fing mit Cäsar damals an Heute glauben wir daran Der Täter war da nicht allein Es muss eine Verschwörung sein Heute gestehen wir uns das ein Heute gestehen wir uns das ein Und wir sind damit nicht allein Und wir sind damit nicht allein Beim Präsident Kennedy Was kompliziert wie noch nie Von allen Seiten traf man ihn Zaubererei und Magie Denn es war ein Allein Anders kann es nicht sein Und wer dazu gehört geschweigt Leute, wir sind doch nicht allein Leute, wir sind doch nicht allein Ist die Verschwörung real? Die Theorie fast banal Dann stellst du dich vor die Wahl Halt den Monto der Tag Und dann stehst du am Fall Weil auch nur die Gitarre Leute, ist das normal? Ist es uns wirklich egal? Ist es uns wirklich egal? Und nun zum WTC7 Da ist nichts übrig geblieben Nur eine große Wolke Staub Ich frag mich, was man dazu glaubt Verschwörung kann es keine sein Da fällt mir leider gar nichts ein Und wer dazu gehört, wenn es schweigt Leute, wir sind doch nicht allein Leute, wir sind doch nicht allein Leute, wir sind doch nicht allein Ist es uns wirklich egal? Wer die Ukraine regiert Und heute so viel ist klar Wissen wir alle, es ist wahr Was das Fernsehen zeigt Und der Spiegel verschreibt Wir lesen der Angst und Mession Vertrehen die Situation Wer braucht noch Position? Bei Lanz gibt's keine Diskussion Bei Lanz gibt's keine Diskussion Bei Lanz gibt's keine Diskussion Die Wahrheit ist nicht egal 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 Wie kann der Krieg beendet werden? Dazu müssen wir verstehen, was die Kriegsziele eigentlich sind. Die USA möchte Russland schwächen. Das hat der Verteidigungsminister Lloyd Austin offen gesagt. Das macht es schon mal schwierig. Er sagte, wir wollen Russland in einem Maße geschwächt sehen, dass es dem Land unmöglich macht zu tun, was es in der Ukraine mit der Invasion getan hat. Was ist das für eine Aussage? Das geht nicht mal als Kriegsziel durch. Das bedeutet, ich will eine andere Großmacht fertig machen. Und es entspricht dem, was Geostrategen im tiefen Staat der USA seit vielen, vielen Jahrzehnten sagen, nämlich die Bodenschätze in Russland und das Know-how in Deutschland und diese Kraft in Europa. Das muss man schwächen oder zerstören, damit man selbst den großen Einfluss und die Macht behält. Russland möchte eine neutrale und eine atomwaffenfreie Ukraine und Putin möchte mit Sicherheit die Krim behalten und den Militärstützpunkt, also die Schwarzmeerflotte in Sevastopol. Die Ukraine hat das Problem, dass die Regierung vollkommen korrupt ist. Das ist ja nun nicht nur in der Ukraine so. Aber das Problem haben sie und Selenskyj hat also in großem Stil Ländereien verkauft an Firmen wie Monsanto, also letztendlich an Blackrock und ist vollkommen abhängig vom Westen in jeder Hinsicht. Die Militärausgaben der USA sind noch interessant zu nennen, das sind 880 Milliarden Dollar pro Jahr. Das ist zusammengenommen, wenn man die nächsten 10 Staaten zusammenrechnet und deren Militärausgaben, die kommen da nicht hin, zu 10 nicht. Und es sind ungefähr 2,4 Milliarden Dollar pro Tag. Wie kann der Krieg beendet werden? Die gescheiterten Verhandlungen von 2022. Was hat man da versucht? 2022 im März waren die Verhandlungen tatsächlich sehr weit. Und man hätte den Krieg beenden können. Russische und ukrainische Vertreter trafen sich dazu in Istanbul. Samuel Scharab, ein leitender Politikwissenschaftler der Rand Corporation, berichtet im Juni 2022 dazu in der US-Zeit in Foreign Affairs. Bei all der Düsternis könnte man leicht vergessen, dass die Unterhändler bereits echte Fortschritte erzielt haben. Ende März legten ukrainische Diplomaten einen innovativen Rahmen für ein Abkommen vor, das einen Weg aus dem Krieg weisen könnte. Und das Entscheidende ist, dass der Vorschlag, der nach den Gesprächen in Istanbul am 29. März an die Presse durchgesickert war, bereits von beiden Seiten zumindest vorläufig unterstützt wurde. Im Mittelpunkt des Vorschlags steht ein Abkommen. Kiew würde auf seine Ambitionen, der NATO beizutreten, verzichten und im Gegenzug für Sicherheitsgarantien sowohl von seinen westlichen Partnern als auch von Russland dauerhaft neutral bleiben. Kiew und Moskau haben dann wohl schon im April 2022 eine vorläufige Vereinbarung zur Beendigung dieses Krieges getroffen. Zitat aus der Responsible State Graph. Russland würde sich auf seine Position vom 23. Februar zurückziehen, als es einen Teil der Donbass-Region und die gesamte Krim kontrollierte. Und im Gegenzug würde die Ukraine versprechen, keine NATO-Mitgliedschaft anzustreben und stattdessen Sicherheitsgarantien von einer Reihe von Ländern zu erhalten. So, das war die Situation. Klingt hoffnungsvoll. Dann reiste Boris Johnson, der Premierminister von Großbritannien, extra zu diesem Zeitpunkt im April 2022 nach Kiew und er setzte Zelensky unter Druck, damit Zelensky das Abkommen nicht unterzeichnet. Er drängte Zelensky, diese Gespräche mit Russland abzubrechen. Und zwar aus zwei wesentlichen Gründen. Zitat Mit Putin kann man nicht verhandeln. Und der Westen ist nicht bereit, den Krieg zu beenden. Naftali Bennett, der ehemalige israelische Premierminister, reiste noch vor den Friedensgesprächen in Istanbul am 5. März nach Russland. Er hat sich mit Putin getroffen. Bennett hatte versucht, zwischen Russland und der Ukraine zu vermitteln, um den Krieg in den ersten Tagen zu beenden. Er erklärt im Interview, also Bennett, der versucht hat, Frieden zu stiften, erklärt im Interview, dass die USA und ihre westlichen Verbündeten seine Bemühungen blockiert hätten. Und er sagt auch, die USA und ihre westlichen Verbündeten hätten beschlossen, Putin weiter zu bestrafen und nicht zu verhandeln. Ich zitiere Bennett, Ich bin nur der Vermittler, sagt er. Aber in dieser Hinsicht wende ich mich an Amerika. Ich mache nicht einfach, was ich will. Alles, was ich tue, ist bis ins kleinste Detail mit den USA, Deutschland und Frankreich abgestimmt. Sie haben es also blockiert, wird Bennett gefragt. Also der Westen. Und Bennett antwortet, im Grunde genommen ja. Sie haben es blockiert. Was sagt uns das? Mir sagt es, dass wir aus der NATO austreten sollten. Es geht in der NATO um geostrategische Ziele der USA. Diese Ziele nützen uns nichts und sie beschützen uns auch nicht, sondern im Gegenteil, sie bringen uns in große Gefahr. Die deutschen Waffen in der Ukraine helfen auch niemandem, denn sie töten. Und es werden Berichte bekannt, dass ukrainische Soldaten teilweise die Panzer selbst zerstört haben, weil sie wussten, wenn sie damit losfahren, werden sie sterben. Dann haben sie lieber Sand in den Motor geschüttet und Ähnliches. Andere Berichte, Interviews gibt es von ukrainischen Soldaten, die über 50 sind und irgendein Rücken leiden oder so haben und eingezogen werden, weil die jungen Menschen, Männer schon geflohen sind, also die noch zur Verfügung wären oder sehr viel Geld bezahlt haben, um nicht kämpfen zu müssen. Ich habe ein Lied geschrieben, das handelt von Afghanistan, aber dieses Lied passt auch auf die Ukraine. Das Lied heißt Unsichtbar. Ich habe auf Facebook eine Gruppe gefunden, die heißt Der Unsichtbare Veteran. Es ist kein Fake, auch keine Erfindung, es ist ganz real, dass man die hier finden kann. Es ist irgendwo im Netz ein kaum bekannter Ort, wo man sich mit Respekt verabschieden kann. Wir schreiben das Jahr 2019, ich frage mich, warum man euch nicht sehen kann. Ich find's nicht gut, dass über euch kaum was berichten wird. Eigentlich sind wir eine Demokratie. Der Spiegel schreibt nichts über euch, das finde ich ignorant. Und auch gefährlich, was ist los in diesem Land? Auf dieser Seite habe ich heute gelesen, das in Kabul wieder eine Bombe explodiert. Du musst dich auf diese Weise wirklich erfahren, was in dieser Welt passiert. An alle hohen Tiere, die diesen Krieg als unvermeidbar in der Zeitung publizieren. Hat irgendwer von euch eigentlich gesehen? Was in Afghanistan abgeht, was in Afghanistan abgeht. Ich meine, was in Afghanistan abgeht. Alles ist chaotisch, alles gespeit, jeder steht heute dort und hier. Man wollte unterscheiden zwischen Freund oder Feind, doch jede Entscheidung kann dein Leben riskieren. An alle, die jetzt zahlen, was machen wir hier? Schaut uns unsere Politiker an, alle, die hier abstimmen, haben mir selbst gewählt. Ich werde mit nur sagen, dass man hier was ändern kann. manchmal ist es meine Art, lange Erklärungen zu singen, aber dieses Mal fang ich so nicht an. Manchmal ist am Schweigen der einzige Weg, euch das zu zeigen, was man nicht ausdrücken kann. mich das zu zeigen, was wir nicht an. Ich werde mit den Menschen, wo die Kinder sind, die Kinder sind. Ich werde mit den Wie kann der Krieg beendet werden? Sie sehen schon, ich bleibe dabei. Die RAND-Analyse von 23. Die RAND Corporation ist ein sehr einflussreicher Think Tank in den USA. Sie berät das dortige Militär, ist auch aus dem militärischen Umfeld entstanden. Und im Januar 23 veröffentlichte dieser Think Tank eine militärische Analyse mit dem Titel Avoiding a Long War, also einen langen Krieg vermeiden, die US-Politik und der Verlauf des Russland-Ukraine-Konflikts. Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass ein langer Krieg zwischen Russland und der Ukraine für die US-Interessen mehr Nachteile hat als Vorteile. Die RAND Corporation stellt fest, dass die Kosten für die Unterstützung der Ukraine, also des Kriegs, zu hoch sind. Und andererseits, dass Russlands Wirtschaft nicht an den Sanktionen zerbrochen ist. Und zudem, dass Russland nicht international isoliert werden konnte. Ich würde ja sagen, das Gegenteil ist passiert. International gesehen. Zitat aus RAND. Da keiner der beiden Seiten die Absicht oder die Fähigkeit zu haben scheint, einen absoluten Sieg zu erringen, wird der Krieg höchstwahrscheinlich mit einer Art Verhandlungsergebnis enden. Also, der ist mit militärischen Mitteln nichts gewinnen. Punkt. Die östlichen Republiken betreffend kommt RAND zu folgendem Schluss. Die Kontrolle des Territoriums ist zwar für die Ukraine immens wichtig, aber für die USA nicht die wichtigste Dimension der Zukunft des Krieges. Wir kommen zu dem Schluss, dass die Vermeidung eines langen Krieges für die USA eine höhere Priorität hat, als die Ermöglichung einer wesentlich stärkeren Territorialkontrolle der Ukraine, um eine mögliche Eskalation zu einem Krieg zwischen Russland und der NATO oder dem Einsatz russischer Atomwaffen zu verhindern. Das Papier zeigt die folgenden vier Optionen auf, wie die USA die Situation ändern kann. Klärung ihrer Pläne für die künftige Unterstützung der Ukraine, Zusagen für die Sicherheiten der Ukraine und jetzt, wichtig, Zusicherung der Neutralität des Landes und Festlegung von Bedingungen für die Aufhebung der Sanktionen gegen Russland. Das heißt, manchmal kommen die friedfertigen Lösungen dann tatsächlich aus dem Militär. Nämlich dann, wenn der tiefe Staat und die Geostrategen, die komplett nur über Leichen gehen, auf den Dritten Weltkrieg zu steuern, beispielsweise. Mein Lied heißt, glaub nicht, wenn dir einer den Krieg verkauft. Um acht schalte ich nicht mehr die Nachricht erneu hin, ich kann's einfach nicht mehr hören, es ist immer wieder derselbe Brei. Es kann so viel zerstören, jeder Krieg fängt mit Lügeln an, weil's noch nie anders war. Keiner fängt sonst mit dem Wahnsinn an, das ist eigentlich klar. Damals die Sache im Irak, mit den Waffen von Hussein, da war einfach nur Propaganda im Staat und wir nehmen es heute noch hin. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, weiß eigentlich jedes Kind, was, wenn die Lüge ein Methode sind, weil man Macht und Kontrolle gewinnt. Ich liebe das Leben und ich liebe die Welt und ich will einfach nicht, bis irgendjemand uns belüht. Ich liebe das Leben und ich liebe mich selbst und ich will einfach nicht, dass man so über uns verfügt. Ach, du stellst dich nicht mehr die Nachrichten ein, ich kann's einfach nicht mehr hören, es ist immer wieder derselbe Brei. Es kann so viel zerstören, jeder Krieg fällt mit Lügen an, weil's schon immer so war. Keiner wimmt uns mit dem Wahnsinn an, auch nicht in Amerika. Fragte man die Soldaten dort, warum sei die im Irak? Was, wenn sie dann da unten sind und ich einmal wissen, warum? Was, wenn's um ihr Leben geht und die Liedin verdienen sich dumm? Ich liebe das Leben und ich liebe die Welt und ich will einfach nicht, bis irgendjemand uns belüht. Ich liebe das Leben und ich liebe mich selbst und ich will einfach nicht, dass man so über uns verfügt. Äh, 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 äh. Ah, du stellst dich nicht mehr die Nachrichten ein, ich kann's einfach nicht mehr hören, es ist immer wieder derselbe Brei. Es kann so viel zerstören, Die Diskussionen sind durchgeplant, und wer zu viel widerspricht, wird rausgeworfen und abgemahnt. Und wir fahren es nicht, Frieden auf Erden ist ein schönes Ziel, da sind wir dafür. Alle wollen die Erde das Gleiche hier, und sein Rundfunkgebühr. Und wieder ist ein neues Feindbild dran, wer's wissen will, glaub's aber nicht. Wer mitmacht der Zettel deinen Weltkrieg an, wer's ändern will, zeigt sein Gesicht. Ich liebe das Leben und ich liebe die Welt, und ich will einfach nicht, dass irgendjemand uns belügt. Ich liebe das Leben und ich liebe mich selbst, und ich will einfach nicht, dass man so über uns verfügt. Glaub nicht, wenn einer den Krieg verkauft, glaub's einfach nicht. Wie kann der Krieg beendet werden? Die Oblasten und ihre Referenten. Ein Oblast ist sowas wie ein Bundesland, in Deutschland oder ein Kanton in der Schweiz. Mai 2014. Im Mai 2014 gab es in der Ostukraine eine Abstimmung, Abstimmungen für mehr Selbstbestimmung. Und zwar in Luhansk und Unesk. Und Deutschlandfunk berichtet dazu, bei dem Referendum in der Ostukraine haben sich nach Angaben der Separatisten fast 90% für mehr Selbstbestimmung ausgesprochen. Die ukrainische Regierung sowie die EU und die USA erkennen die Abstimmung nicht an. Auf den Stimmzetteln wurde offenbar nur danach gefragt, ob eine Selbstbestimmung der Region unterstützt wird. Unklar blieb, ob die Organisatoren des Referendums auch einen Anschluss an Russland beabsichtigen. Also sie merken, das ist in sich komplett unlogisch. Die beschweren sich fast schon darüber, warum da nicht abgestimmt wurde, dass man zu Russland geht. Das war damals einfach nicht der Plan. So. Ein solcher Anschluss an Russland wäre ja grundsätzlich aus Sicht der Bürger in der Ostukraine auch gar nicht nötig. Wenn man sie denn dort hätte leben lassen und nicht bombardiert hätte und nicht unterdrückt. Das ist ein wichtiger Punkt. Also man kann etwas provozieren, was ansonsten nie geschehen wäre. Man kann sich an das Strategiepapier Overextending Russia erinnern von der Rand Corporation 2019. Das ist ein Papier, wo es nur darum geht, wie man Russland überfordern kann und wie man Russland schaden und schwächen kann. Allerdings ohne Krieg, muss man noch dazu sagen. Aber alles andere. Waffen an die Grenze möglichst nahe bringen, die Ukraine aufrüsten, wirtschaftliche Gemeinheiten, alles rauf und runter. Und dann heißt es irgendwann nur noch Extending Russia. Also damit Leute, die sich nicht so auskennen, die das sehen, das gar nicht verstehen. Also Extending Russia, wenn das wörtlich übersetzt wird. Russland ausdehnen, was? Ja, das wäre das Militär eigentlich nicht. Aber die meinen halt überfordern. Also Overextending. Solche Papiere gab es. Also es ging 2014 in den Referenten um Selbstbestimmung und diese widerspricht nicht der territorialen Insegrität der Ukraine. 2014. 2014. September 2022 geht es dann um die Referenten in der Ostukraine, in Luhansk, Donetsk, Saporizhia und Kherson. Und um die Frage, ob diese Gebiete zu Russland gehören möchten. Ich zitiere hier zunächst aus den kommerziellen Medien, also unseren konzernabhängigen Medien und danach auch aus einer Darstellung aus Antispiegel. Das ist das von Thomas Röper, das Medienprojekt. Die Tagesschau am 20. September 2022. Moskau und die Separatisten kündigten Referenten über den Anschluss von vier ukrainischen Gebieten an die russische Föderation an. Der Bundeskanzler Scholz habe von Scheinreferenten gesprochen. Sagen Sie. Bei Deutschlandfunk heißt es folgendermaßen. Der genaue Ablauf der von der ukrainischen Regierung als Scheinreferenten bezeichneten Abstimmungen war vorab unklar, zumal die Gebiete nicht vollständig von russischen Truppen besetzt sind. Teils gab es offenbar keine Wahllokale oder sie wurden erst am letzten Abstimmungstag eingerichtet. Sogenannte Wahlkommissionen kamen zu den Menschen in die Wohngebiete, auch mit Polizeigegleitung. Ich kommentiere das jetzt mal nicht. So. Wie sah es vor Ort wirklich aus? Thomas Röper beschreibt es so von Antispiegel. Er war nämlich als internationaler Beobachter vor Ort und hat das Referendum im Donbass, in Saborichi und Rehason beobachtet. Er hat Fotos und Videos hochgeladen und auf diesen Fotos und Videos sehen die Menschen erleichtert aus, lachen, halten diese Stimmzettel in die Kamera und werfen es dann rein. Er sagt, nach dem was ich gesehen habe ist alles korrekt abgelaufen, die Ausweispapiere wurden genau kontrolliert und festgehalten, die Wahlkabinen garantieren allen, dass die Wahlentscheidung geheim bleibt, wenn man es wünscht. Was allerdings nicht viele wünschten, denn die meisten Wahlzettel in den durchsichtigen Urnen waren nicht gefaltet, weshalb man die vielen Kreuze für die Vereinigung mit Russland deutlich sehen konnte. Röper war im September in Thersen unterwegs und er sagte, dass dort für Russland das schwierigste Gebiet sei, weil in Luhansk, also für Russland das schwierigste Gebiet heißt, es sind einfach verschiedene Sprachen und die haben unterschiedliche Ansichten, während in Luhansk und Donetsk war die Stimmung eindeutig, dass man zu Russland gehören möchte, sagt er. Ist ja vollkommen logisch bei dem, was die erlebt haben. Er sagt, ich habe mich lange mit einer Frau unterhalten und sie darauf angesprochen, dass die Menschen bei meinem ersten Besuch dort große Angst hatten, sich offen pro-russisch zu äußern und den Soldaten stattdessen im Vorbeigehen zugeflüstert haben, sie sollten bitte bleiben und nie wieder gehen. Die Menschen hatten damals aus Angst vor möglicher Rache der ukrainischen Nationalisten große Angst, offen zu reden. Die Frau erzählte, das habe sich geändert, inzwischen fühlen sich die Menschen sicher und hätten keine Angst mehr, offen zu sagen, dass sie Teilrussland sein wollen. Sie bestätigte meine Einschätzung, dass etwa 80% der Menschen dort pro-russisch seien. Wer hat Völkerrecht gebrochen? Die Betrachtung des Völkerrechts gehört zur Analyse dazu. Es ist ganz wichtig, um die Ursachen zu verstehen und darauf aufbauen, Lösungen zu finden. In Kürze. Also ich erinnere nochmal daran, im Völkerrecht gibt es diese zwei Prinzipien. Einmal die Ländergrenzen, die Unverletzlichkeit der territorialen Integrität souveräner Staaten und zum anderen das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Beides ist in der UN-Charta verankert. Die Sezession ist nicht Gegenstand des Völkerrechts. Das heißt, eine Sezession wird nicht im Völkerrecht verhandelt. Sezessionen sind Angelegenheit der Nationalstaaten. Das heißt, eine Sezession betrifft innerstaatliches Recht. Also das grundsätzlich. Leider wurde das Völkerrecht aber so oft von den USA missbraucht, gebrochen, verbogen, dass inzwischen offenbar schwierig geworden ist, darüber zu sprechen oder es anzuwenden. Es ist wirklich, als hätten wir alle ein bisschen Knoten im Denken, meine ich manchmal. Beispiel, die NATO-Staaten haben 99 Serbien bombardiert. Fischer und Schröder waren dabei. Natürlich war das völkerrechtswidrig. Schröder hat sich später entschuldigt. Obama hat 2014 Syrien bombardiert. Auch das war illegal seitens der USA. Irak und Afghanistan wurden völkerrechtswidrig von den USA, von den NATO-Staaten angegriffen. Jetzt zur Ukraine. Kurz gesagt, Russland hat das Völkerrecht gebrochen mit dem Einmarsch in die Ukraine 2022, weil es ein Bruch des UNO-Gewaltverbots ist. Die USA haben Völkerrecht gebrochen, als sie 2014 den Putsch in der Ukraine geplant und durchgeführt haben und die damaligen Regierungen Viktor Yanukovych gestürzt haben. Das ist ein Bruch des UNO-Gewaltverbots. Man darf keinen Regime-Change in einem Land machen oder einen bestehenden Protest mit Scharfschützen aufheizen und so weiter. Das geht nicht. Die Sezession der Krim war kein Völkerrechtsbruch. Sezession an sich wird im Völkerrecht nicht verhandelt. Die Menschen haben einfach nach diesem Putsch der USA per Referendum entschieden, abgestimmt. Die NATO hat ihre Glaubwürdigkeit längst verloren. Wie viel Zeit habe ich noch? Zwei Minuten vor 17 Minuten. Danke. Ach dann. Das ist ein Lied von mir nochmal zu Afghanistan. Ich habe im Schwarzwälder Booten eine Geschichte gelesen, dass das KSK bei Enduring Frieden dabei war. Den Schwarzwälder Booten hat das immerhin interessiert, weil im Schwarzwald die Wirtschaft vom KSK profitiert. Im Schwarzwald sind zufällig unsere Handjungs daheim. Und die lokale Presse ist der Rundmeisten frei. Den anderen Medien war das herzlich egal, dieser kleine Ausflug war hinzuwandern. vielleicht fragst du dich, was das KSK ist. Ich seh nicht von der KSK, die uns Künstler vertritt. Auch Enduring Freedom ist keine CD. Ich weiß, was die Sender nicht zeigen, tut uns auch nicht weh. Der Ausflug der Truppe war ohne Handert. Nicht nur von der UNO, auch ohne Bundestag. Nach unserem Meinung hat erst recht keiner gefragt. Die rot-grüne Regierung hat spontanier gesagt. Die rot-grüne Regierung hat spontanier gesagt. Das war nach dem Oktober 2001. Denkt man, das zu Ende? Damals gab's kein Mandat. Denn erst im November stehbte man ab mit dieser Geschichte. Fing alles an vor 20 Jahren in Afghanistan. Was will uns das sagen, ist die Presse lokal, darfst ihr noch berichten, auch international. Im Schwarz mit der guten Koran. Oh, irgendwer schreibt dann doch noch, was war. Wie kann der Krieg verändert werden? Rückblick zu Minsk II, das Friedensabkommen von 2015. Die Republiken Donetsk und Luhansk wollten sich 2014 nicht von der Ukraine abspalten, sondern strebten einen Autonomiestatus an, der ihnen die Verwendung der russischen Sprache als Amtssprache garantiert. Dazu ein Zitat aus Multipolar, bekanntlich war Minsk II der Versuch, die territoriale Integrität der Ukraine unter den Bedingungen eines föderalen Selbstbestimmungsrechts des russischsprachigen Donbass zu wahren. Bekanntlich wurde dieser Versuch von Russland gefördert, von Kiew und dem Westen aber boykottiert. Angela Merkel und François Hollande haben zwischenzeitlich indirekt zugegeben, dass sie die Minsker Abkommen sabotiert haben. Sie wollten der Ukraine einen Zeitgewinn verschaffen, um diese aufzurüsten. Angela Merkel sagte in einem Interview in der ZEIT im Dezember 2022, Zitat, Das Minsker Abkommen von 2014 war ein Versuch, der Ukraine Zeit zu geben. Sie haben diese Zeit genutzt, um stärker zu werden, was man heute sehen kann. Die Ukraine von 2014-15 ist nicht die Ukraine von heute. Es war uns allen klar, dass es sich um einen eingefrorenen Konflikt handelte, dass das Problem nicht gelöst war, aber genau das hat der Ukraine wertvolle Zeit verschafft. Also mir wurde übel. In Moskau kam es auch nicht gut an. Seit 2014 hat der Westen der Ukraine immer mehr Waffen geliefert, die den Bürgerkrieg verschlimmert haben. Die Mitarbeiter der OSZE haben vielfach nicht aufrichtig berichtet. Da kam dann immer so etwas wie, beide Seiten müssen mal miteinander reden und beide machen irgendwelche bösen Sachen. Einer hat sogar mal offen ins Mikrofon gesagt, dass er hier ja für die Ukraine tätig ist. Rückblickend lässt sich sagen, Putin hat sehr lange sehr diplomatisch durchgehalten. Manche Leute in Russland werfen ihm das heute vor. Er hat versucht, die heutige Situation, also die Situation seit Februar 2022 zu vermeiden. Das Minsker Abkommen von Februar 2015, Minsk 2, enthält unter anderem folgende Forderungen. Also was hat man sich denn damals überlegt, als noch alles zu retten gewesen wäre? Unverzügliche und umfassende Waffenruhe, das war dann auf 15. Februar 2015 festgelegt. Sicherstellung der Freilassung und des Austausches von Geiseln, ich lese durch nur ein paar Punkte jetzt. Festlegung der Modalitäten für die vollständige Wiederaufnahme der sozioökonomischen Beziehungen, einschließlich Sozialtransfers wie Rentenzahlungen und anderes. Also man muss sich das so vorstellen, dass im Osten der Ukraine die Leute dann keine Rente mehr bekommen haben. Das ist also strukturelle Gewalt schon mal. Rückzug aller ausländischen bewaffneten Formationen, militärischen Ausrüstungen und Zöldner unter Aufsicht der OSZE und die Entwaffnung aller illegalen Gruppen. Die Durchführung einer Verfassungsreform, das ist jetzt wichtig, die Durchführung einer Verfassungsreform in der Ukraine mit dem Inkrafttreten einer neuen Verfassung bis Ende 15, die Dezentralisierung als Schlüsselelement vorsieht, einschließlich einer Bezugnahme auf die Besonderheiten bestimmter Gebiete in den Regionen Donetsk und Luhansk, die mit den Vertretern dieser Gebiete vereinbart wurden. Sowie die Verabschiedung dauerhafter Gesetzgebung über den besonderen Status bestimmter Gebiete in diesen östlichen Regionen. Und das Recht auf sprachliche Selbstbestimmung. Die Vereinten Nationen geben in einer Resolution vom 17. Februar 2015 bekannt, dass sie die Minsker Vereinbarungen befürworten und dass sie das Engagement dafür begrüßen. Der Sicherheitsrat fordert alle Parteien auf, das Maßnahmenpaket vollständig umzusetzen, einschließlich dieses Waffenstillstands, und beschließt die Angelegenheit weiter zu verfolgen. Im Anhang von Minsk 2 erklären die Staats- und Regierungschefs Putin, Poroschenko, François Hollande und Merkel, dass sie die Minsker Vereinbarungen vom 12. Februar 2015 unterstützen werden und sich für deren Umsetzung einsetzen werden. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber das Zitat von Merkel vorhin, irgendwas passt nicht. Die Europäische Union hat diese Umsetzung der Minsker Vereinbarungen nicht gefördert. Als die Ukraine ihre eigene Bevölkerung im Donbass bombardiert hat, gab es keine Reaktion der EU. Stattdessen wurde die Ukraine weiter aufgerüstet und der Bürgerkrieg weiter angeheizt. Welche Verhandlungslösungen könnten am ehesten von allen akzeptiert werden und würden auch nachhaltig Frieden bringen? Frieden funktioniert nicht im Zusammenhang mit Unterdrückung. Das gibt es nicht. Einfach Frieden und Unterwerfung geht nicht. Das ist immer nur irgendwas Temporäres dann. Das ist kein Frieden. Wenn man Menschen ihre Muttersprache verbietet, dann ist es kein Frieden. Das Selbstbestimmungsrecht der Völker basiert auf einem naturrechtlichen Prinzip. Ich zitiere dazu Joachim Benzien. Der naturrechtliche Ursprung des Selbstbestimmungsrechts der Völker bedeutet, dass es sich bei diesem Recht um ein vor- bzw. überstaatliches Recht handelt, das dem Volk, also einer Personengruppe gleicher ethnischer Zugehörigkeit mit gemeinsamer Geschichte, Kultur, Sprache oder auch Religion, zukommt. Darin kommt zum Ausdruck, dass das Selbstbestimmungsrecht im Sinne des Völkerrechts dem Volk das Recht gibt, eine Nation zu bilden bzw. einen eigenen nationalen Staat zu gründen oder auch sich einem anderen Staat in freier Willensentscheidung anzuschließen. Andererseits hat das Selbstbestimmungsrecht inhaltlich die Freiheit des Volkes von Fremdherrschaft zum Gegenstand. Ich komme zum Schluss. Welche Möglichkeiten erscheinen mir am aussichtsreichsten, um Frieden herzustellen? Eine neutrale Ukraine, auch eine atomwaffenfreie Ukraine, ein föderaler Staat, ähnlich wie in der Schweiz, Vergleiche dazu Minsk II, Zusicherungen für die östlichen Gebiete in Minsk II, eine Wiederholung der Referenten, das heißt der Abstimmungen der Ostrepubliken unter UNO-Aufsicht, also mit Beobachtern der UN. Die Bewohner der Ostrepubliken könnten dann wählen, etwa zwischen drei Möglichkeiten einer Angliederung an Russland, einer Sezession oder mehr Selbstbestimmung, wie in Minsk II. Danke. Blessed We Are von Pajaluzzi. Ich liebe dieses Lied. Weil es davon handelt, dass das Leben heilig ist und warum wir eigentlich hier auf Erden sind. Blessed We Are von Pajaluzzi. Blessed We Are to dance on this ground the rhythm of saints to carry the sound we hold a prayer for the earth for the ones yet to come May you walk in beauty and remember you some Blessed we are to dance on this ground The rhythm of saints to carry the sound We hold a prayer for the earth For the ones yet to come May you walk in beauty and remember you some Remember why you came here Remember this life is sacred Remember why you came here Remember this life is sacred Remember this life is sacred It's sacred You can take it You can take it You can take it You can take it I'ah he 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 e'ah he i'ah he Blessed we are to dance on this ground The rhythm of sense to carry a sound We hold a prayer for the earth, for the ones here to come May you walk in beauty and remember your song Remember why you came here Remember this life is sacred Remember why you came here Remember this life is sacred Remember why you came here Blessed we are, to dance on this ground. The rhythm of saints, to carry the sound. We'll do prayer for the earth, for the what's yet to come. May you walk in beauty, and remember your song.